Kevin Mark Phillips ist ein ehemaliger englischer Fußballspieler. Beim AFC Sundelland hält er den Rekord der meisten erzielten Treffer nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, den zuvor Gary Rowell aufgestellt hatte. Spielerkarriere Phillips spielte zu Beginn seiner Karriere auf der Position des rechten Verteidigers. Nachdem der FC Southampton ihn freigab, wurde er vom halbprofessionellen Verein Baldocktown verpflichtet. Hier entdeckte man seinen Toriecher und seine außergewöhnliche Ballbehandlung und verschob ihn auf die Position des Stürmers. Dieser Positionswechsel führte dazu, dass Baldock in der Spitzengruppe der Liga zu finden war und auch in Pokalwettbewerben wie der FA Trophy erstaunlich weit kam. Während der Saison 1994-95 wurde er von Glenröders FC Watford beobachtet und am 19. Dezember 1994 von diesem Klub für 10.000 Pfund unter Vertrag genommen. Obwohl seine Zeit bei Watford von Verletzungen geprägt war, konnte er zahlreiche Tore erzielen. In der Saison 1995-96 spielte er gut, war aber sehr zahlkampfbetont. Eine Fußverletzung, die er sich gegen Ende der Saison zuzog, hielt ihn ein Jahr vom Fußball fern und als er wieder auf das Spielfeld zurückkehrte, befand sich Watford auf einem Platz im Mittelfeld der Second Division. Unmittelbar nach seiner Genesung erzielte er verhältnismäßig schnell vier Tore, drei davon bei einem Hattrick gegen Bristol City, blieb aber für den Rest der Spielzeit torlos. Nach dieser Saison wurde er für 600.000 Pfund an den AFC Sund-Irland verkauft. Super K.E.V. avancierte schnell zu Sund-Irlands Held und bildete gemeinsam mit dem irischen Torjäger Nial Quinn eines der gefürchtetsten Sturm-Duands. Der Football League Der unbestrittene Höhepunkt seiner bisherigen Karriere waren die 30 von ihm in der Premier League erzielten Tore in der Saison 1999-2000. Die ihm den goldenen Schuh, eine Auszeichnung für den erfolgreichsten Torjäger Europas, einbrachte und Sund-Irland auf den siebten Tabellenplatz brachte. Philipps Torgefährlichkeit machte ihn zu einer der Schlüsselfiguren in Sund-Irlands erfolgreichster Saison in der ersten Liga. In der man auch den Erzrivalen Newcastle United in dessen Stadion dank einem Tor von Philipps 2 zu 1 bezwingen konnte. Jedoch hielt Sund-Irlands Erfolg nicht lange an und nach dem Abstieg des Vereins aus dem Nordosten Englands kehrte er nach Southampton zurück, wo er einst in den Jugendmannschaften seine Karriere begonnen hatte. Vom gerade abgestiegenen FC Southampton wechselte er am 29. Juni 2005 zu Aston Villa, wo er, mit der Rückennummer 20 ausgestattet, bereits bei seinem Debüt ein Tor erzielte und sich im Folgenden mit dem ebenfalls frisch verpflichteten Milan Baruch im Sturm abwechselte. Nachdem er zum Start der Saison 2005-06 eine Verletzung ausguriert hatte, schoss er sich in die Herzen der Villa-Fans, indem er maßgeblich zum Sieg gegen den Rivalen Birmingham City beitrug. Nachdem Philipps für Aston Villa in der Rückrunde der Spielzeit 2005-06 eher schwache Leistungen zeigte, gab es Gerüchte, dass er möglicherweise zu Sund-Irland zurückkehren könne, da sein ehemaliger Sturmpartner Nial Quinn den Verein als Trainer übernommen hatte. Stattdessen wechselte er am 22. August 2006 zu Westbromwich Albion. Nach Ablauf seines Vertrages unterschrieb er am 8. Juli 2008 einen Zwei-Jahres-Vertrag bei Birmingham City. Am 10. Juli 2011 unterzeichnete Philipps einen Vertrag beim englischen Zweitligisten FC Blackpool. Im Januar 2013 wechselte er auf Leihbasis zu Crystal Palace. Am 27. Mai 2013 erzielte er den Siegtreffer zum 1 zu 0 in V. Im Entscheidungsspiel ging den FC Watford und ermöglichte den Eagles hierdurch den Aufstieg in die Premier League. Im Januar 2014 wechselte er zu Leicester City. Trotz seiner Erfolge auf Vereinsebene konnte Philipps in seinen acht Auftritten für die englische Nationalmannschaft kein Tor erzielen, kam bei diesen Spielen aber meistens erst als Einwechselspieler zu seiner Chance. Für England stand er nie die vollen 90 Minuten auf dem Spielfeld.